Na mein Zugvogel, gib Acht, dass die Sonne dir die Haut nicht verbrennt. Die Sonne ist nicht das Problem. Mir brennt da eher etwas unter den Nägeln. Entspann dich, wir sind doch im Urlaub. Ja, ja, aber was wird aus unserem Hausverkauf? Wir liegen hier auf der faulen Haut und unser Häuschen sucht derweil selbst einen Käufer. Du hast ja recht, ein Hausverkauf ist nicht einfach. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Eben, und wir sitzen hier, machen Urlaub und nichts passiert. Nicht ganz, meine Liebe. Ich hatte da nämlich eine ziemlich clevere Idee und die heißt Remax. Na dann erzähl mal. Bei einem Gespräch hat mich der Immobilienmakler Martin Saug davon überzeugt, dass wir mit seinen Dienstleistungen den besten Preis für unser Haus erzielen werden und uns erst noch um nichts selber kümmern müssen. Darum habe ich ihn beauftragt, den Verkauf für unser Haus durchzuführen. Und so haben wir nun Zeit, unseren Urlaub zu genießen. Und wie hast du ihn gefunden? Ganz einfach über das Internet. Unter Remax Martin Saug. Weiß er denn nun über alles Bescheid? Ganz sicher. Als erfahrener Profi in diesem Geschäft wusste er genau, was für Informationen und Unterlagen er für einen erfolgreichen Verkauf benötigt. Wow, das klingt gut. Ich bin stolz auf dich. Hallo Herr Saug. Schön von Ihnen zu hören. Was gibt's Neues? Ach wirklich? So schnell. Würden Sie das bitte kurz meiner Frau mitteilen? Die hat sich schon Sorgen gemacht. Guten Tag Frau Berger. Ich bin Martin Saug, Ihr Remax Immobilienmakler. Herzlichen Glückwunsch Frau Berger. Ich habe soeben Ihr Haus zu dem gewünschten Preis verkauft. Ich wünsche Ihnen noch einen erholsamen Urlaub. Du bist der Beste. Naja, nicht ganz. Ohne die Hilfe von Martin Saug von Remax wären wir jetzt nicht im Urlaub.